So Opel Corsa D einmal eine Ventildeckel dicht ummachen. Ja, was ist denn bei der Nüsse? Der war schon hier. Ne, eine noch mal kleiner. Die 10. Wo ist der denn? Klack, klack. Nummer 1. 2. 3. 4,5. Wie runter. Zack. Zack. Noch einer. Heiß, heiß, heiß. Aber heiß. Aber heiß. Heiß, 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 heiß. Zack. Zack. Du Sau, du Arsch. Heiß, heiß, heiß. Hm. Jetzt muss ich alles geben. Dann machen wir den noch ab. Zack. So, nun geh zur Seite. Lass mich in Ruhe hier. So, zwei noch. Eine noch. Und fließt. Schuss. Gut, 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 gut. So. Zack. Äh. Äh. Der, 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 der. Zum Schwul ist neu. Ich hab sie neu neu. Eine Werkstatt. Eine Sache von der Sache. Ja. Zum Glück fällt das noch unten. Und schrieb nicht an der Decke. Dafür ist sie natürlich mitten an der Saal. So, haben wir den Ersatz. Heiß, 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 heiß. Heiß. Ah, selbst die Schraube heiß hier eigentlich. Ah. Haben höchstwahrscheinlich kein Öl drauf. Weil Öl kostet ja gelb oder so. So. Zack. 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 Flop macht er. Ach so, ganz flop. Ich weiß ja nicht. Ich weiß noch nicht. so so die Pisskackschen die sind ja wohl die sind ja wohl so genannte Ohrschel zack was ist das warm was ist das warm was ist das was ist das was ist das heiß so da lief die Suppe runter da lief die Suppe runter zack heiß 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 zack 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 heiß zack 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 Es ist so, ich habe nur ein Gefühl, ein Gefühl. Oh, heiß, 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 wir haben nicht mehr. Tag, 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 tag. Hey, mal, mein Feind, bin ich. Tag, 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 tag. So, oh, oh. Ah, das ist der Scheissheister. So, die Ecke muss da, nicht die Ecke. So, so, ist das schön fach. Wofür kann ich das machen, oder? Nicht so völlig. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Um die Ecke, um die Kante. So, ist das hier Dreieck. So, kommt da rauf, kommt da rauf, kommt da runter, kommt da links, kommt da rechts. Boah, der ist ein Traum. So, anrücken. Damit ihr auch wirklich überall in der Hand sitzt. So. Da sitzt sie noch nicht ganz in dieser Kante. Dass du mich nachher ärgerst. Alles gut, ne? Alles gut, schau, 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 schau. Hörbeldi , hörbaldi, 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 hörpl. Einmal Drain. Zuck. Na, schön warm. Und vorsichtig, wieder aufs Gesicht. Einmal alle ansetzen. Aber slow, fährst du doch nicht rein. Jetzt, ratz, ratz, zack, zack, zack. Zeig. 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 Zack, klick, klack, klack, Druckschalte, auf wieder drauf, so viele Schläuche, eins, zwei. Zack, und, na, so eine schöne Ohrschel in Zange, Alter, wär da ein Traum, alles mal gehabt, alles mal gehabt, zack, jetzt fass mich an, so, naja, ganz tief bis zum Anschlag, hab ich gehört, so, da rein, zack, so, so viel Zillinger hier, zack, zack, fesselt, 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 ja, ob man draufliegt, oder, oder auch nicht, ne. So, zack, zack, weg, 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 so, na, dann mal gucken, wann die gute Frau das letzte Mal angeguckt hat. Oh, ist fast raus, aber noch. Na, was ist hier los? Einmal noch. Plopp. So, fertig. 15. 15 Minuten. 15 Minuten.